In der Teppichklinik Berlin werden Ihre Teppiche mit Bioprodukten bearbeitet und bei Bedarf auch von Ungeziefer mittels extremer Kälte befreit. Unser Motto, sauber ist gut, bakterienfrei ist besser. Wir reinigen, wenn nötig, mit heißem Wasserdampf, der die Keime abtötet. Neben dem Trocknen und Bürsten erfolgt auf Wunsch das Imprägnieren und Einfetten der Teppiche. Durch unsere spezielle Geruchsbehandlung duften Ihre Teppiche wieder frisch. Für das Schleudern und Klopfen stehen uns neuste Maschinen zur Verfügung. In der Teppichklinik Berlin wird auch die Aufbereitung und Reparatur von Teppichen nach traditioneller persischer Knüpfkunst vorgenommen. Unser Meisterknüpfer verfügt über alle Kenntnisse, die eine gute Restauration ausmachen. Die Wolle für unsere Arbeiten beziehen wir teilweise direkt aus Persien, um zu gewährleisten, dass die Wolle dem Alter und der Qualität der jeweiligen Teppiche entspricht. Sie wollen Ihren Teppich schätzen lassen oder verkaufen? Unser Senior ist hier Ihr Ansprechpartner. Das Team der Teppichklinik Berlin freut sich auf Ihren Besuch.